Für Coding Da Vinci hat das Rheinische Bildarchiv Scans von 346 Glasnegativen im Format 18x24 bereitgestellt. Der Fotograf ist Johann Josef Knippenberg. Die Aufnahmen stammen aus den Jahren 1920 bis 1940. Glasnegative sind die Vorläufer von klassischen Filmnegativen und dem heutigen Digitalfoto. Diese großen Negative sind besonders scharf und detailreich. Josef Knippenberg war Fotograf, Buchdrucker und Verleger, also eigentlich ein Selbstvermarkter und der Vorgänger der Blogger von heute. Er hat in Rees am Niederrhein, in Düsseldorf und in Bacharach am Rhein gearbeitet. Er zeigt in vielen Postkartenmotiven die Landschaften des Rheinlandes und dokumentierte besonders Ereignisse und Feste. Aber auch der Arbeitsalltag kommt in seinen Fotografien nicht zu kurz. Wir laden euch ein, die vielfältigen Aufnahmen zu entdecken und neu zu präsentieren.